Ich werde die Rolle kriegen, Angie. Ich saug alles auf. Das müsstest du sehen. Das ist das pure Leben hier. Der Dreck, menschliche Dramen, das Verbrechen. Das spürt man hier. Das klingt, glaube ich, in der Luft. Hey, hey, ich brauch das Telefon! Ich ruf sofort einen Bullen. Der ist da oben. Der würzt sich euch mal so richtig vor. Na, kommt schon. Ihr könnt das Ding behalten, okay? Ich will aber keine Ferngespräche damit führen. Scheiße. Hopp, 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 ich ruf, Mann. Wir wissen von nichts. Wovon du redest, Mann. Keine Ahnung. Witherspoon. Bist du verscheid, Mann? Scheiße, du Wartab, Mann. Schnauze! Schnauze! Klappe! Ich hab leider nichts verstanden. Wer? Ich hab gesagt, der Typ heißt Witherspoon. Wo steckt der? Er fährt durch die Gegend, verkauft aus dem Lieferwagen, hat alles, was man so an Waffen braucht, auf Lager. Moss! Moss! John, Sie müssen mir unbedingt helfen. Die haben mir eben mein drahtloses Telefon geklaut. Ich glaub, das war eine Gang. Hallo, ich hoffe, dass ich nicht ungelegen komme. Ich hab doch gesagt, Sie sollen unten warten. Hey Mann, der sieht genauso aus wie Nick Lang. Ja, ich weiß, nur ein bisschen kleiner, wie? Nein, weiß er. Das hier ist wirklich nicht zum Lachen, John. Die sind absolut eklig. Kann gut sein, dass sie hier noch nicht aufhauen. Ich hab gesagt, Sie sollen unten warten. Also runter! Runter! Oh, Mann! Der hat einen Kopf! Oh, da! Jetzt schon Silvester. Oh, scheiße! Oh, was ist denn los hier? Sind die hier alle irre geworden? Äh, ich schätze, ich hab meine Kontaktlinsen verloren. Sind Sie bescheuert, denen zu sagen, dass ich hier drin bin, bei einer rivalisierenden Gang? Ach, ich wollt Ihnen doch bloß helfen. Sie brauchen mir nicht zu helfen. Ich muss die Schießerei melden, Lieutenant Moss verstanden. Die Bullen sind schon hierher unterwegs. Und dann muss ich denen erklären, warum Sie einen Bandenkrieg angezettelt haben, Sie vollidiot. War das stark! Ich hab gewusst, dass das eine Gang ist. Die haben schon so ausgesehen. Oh, ich hab ne Nase für sowas! Ach ja? Das wär ja das Neueste. Wie war das Autokennzeichen? Tja, also das war eine, ähm, New Yorker Nummer und, äh, die sind blau, nicht? Fällt Ihnen an unserem Wagen irgendwas auf? Die haben mein Gepäck geklaut. Das gehört ja auch im Kofferraum. Ach Mensch, meine ganzen Klamotten waren da drin. Meine ganzen Sachen! Sie haben hier noch Ihre Spielzeugpistole. Hey! Hey, hey, hey! Sehen Sie sich das an! Hier, sehen Sie! Das ist ne eindeutige Spur! Ich schätze, die sind hier in der Bar! Und? Na, nichts und Sie, Sie müssen da reingehen und, äh, und meine Sachen wieder rausholen. Wirklich? Ähm, ich muss was? Hören Sie, Nick, ich darf Sie doch Nick nennen, oder? Ich würde Ihnen ja wirklich gern helfen bei Ihrem kleinen Problem. Aber zuerst füllen Sie auf dem Revier ein paar Formulare aus. Dann muss mir der Fall zugewiesen werden und Sie müssen sich ein paar Tage gedulden, manchmal sogar Wochen. Na gut, dann ist es noch wichtig, dass Kommissar Zufall ist. Absolut, vor allem kein Problem. Alles klar, bleiben Sie ruhig hier, ich kann da auch allein reingehen. Ich krieg mal einen Krempel, okay? Bin sehr gespannt.